Herzlich willkommen zu unserer Themenreihe Die Sprache der Farben. Unsere gesamte Welt ist angefüllt mit Farben. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum? Farben bilden das größte Kommunikationssystem der Erde. Jede Farbe in unserer Welt hat ihre biologische und kulturelle Funktion. Farben sind Medien, Botschafter des Lichts. Wir nehmen mehr als 60 Prozent aller Informationen über Farben wahr. Farben prägen den Ursprung, die Geschichte und die Gegenwart unserer Kultur. Kommen Sie mit auf eine faszinierende Reise zu den Wurzeln unserer Farbkultur und finden Sie heraus, was Farben in Ihrem Leben bedeuten und wie Farben auf Ihre Gefühle und Ihren Verstand wirken. Und finden Sie heraus, wie Farben Verhaltensänderungen bewirken. 3. 3. 4. 6. 10. Untertitelung des ZDF, 2020